So, da bin ich dann auch mal wieder da mit einem ausnahmsweise mal einem XP-Klitch-Video. Was aber kein Rette die Welt ist, ich behaupte immer noch, beziehungsweise bleib dabei, Rette die Welt ist immer noch, was XP betrifft, einfach das Höchste. Ich guck mal grad, ihr seht's, jetzt sieht man's wieder nicht. Ah doch, oben links, unter dem Crew seht ihr jetzt Level 77, 77,5. Ach, unten steht's ja auch. Und hab grad eben mal hier den Klitsch ausprobiert, der als großer Klitsch bezeichnet wird. Ich zeig euch mal grad, um was es geht. Einfach hier die Hühner umhauen. Die XP-Zahl ändert sich aber ständig. Also ihr bekommt nicht immer so viele XP, weil jetzt sind 16 XP, das Höchste, was ich hatte, waren jetzt 18 einmal. Aber auch nur eine kurze Zeit. Das erste Mal hatte ich genau 9 XP pro Huhn. Dann geht ihr einfach hier auf das Boot, da bekommt ihr dann nochmal XP. Das fährt euch dann von hier drüben, hier rüber. Oh, sogar 7000 XP. Schmeckt. Also dann einfach hier an dem Hausnit hoch. Ist eigentlich total simpel. Und dann, so hab ich's gemacht am Anfang, ich weiß nicht, wie viel bei euch halt da steht. Ist zum Beispiel, ne, die Anzeige ist gar nicht mehr da. LOL. Oben links war vorher ein Counter da. Der ging bei mir erst bis 500, dann bis 1000 Hühner. Und dann bis 2000 und dann ist er bei 2000 stehen geblieben. Ich weiß jetzt nicht, wie's bei euch aussieht. So, ihr seht, was ich hier mache. Ich hau einfach, ich hab, ihr wisst ja, ich spiel mit Controller. Ich hau meine Tastatur umgelegt. So, dass ich einfach auf Leertast die Pickaxe hab. Und jetzt läuft das Ganze einfach stupide vor sich hin. Ich hab eben meine Frau noch mit dem Kindergeburtstag von meinem Sohn hingefahren. Also, ich flieg's nicht raus oder sonst irgendwas. Man kriegt zwischendurch noch 5000 XP dafür, dass man einfach nur halt im Fortnite drin ist. Also, ich würde fast behaupten, das ist der erste AFK-Clitch in dem Sinne. Hast du Muster an der Konsole, wo man den Creator-Code einkönnen kann? Der Luca schreibt grad rein, man muss XP XP eingeben. Luca, das ändert sich ständig. Aber, mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ist ein großartiger Klitsch in dem Sinne. Also, ihr dürft hier nicht erwarten, dass ihr in 10 Minuten Level 100 seid. Aber, für AFK ungefähr in einer Stunde ein Level dürfte, denke ich, mal in Ordnung sein. Damit bin ich jetzt erstmal raus. Ich lasse das Ding jetzt mal im Stream laufen. Also, wer Bock hat, kann gerne einen Livestream mal vorbeischauen. Würde mich freuen, wenn er noch kein Abo da gelassen hat. Gerne ein Abo raushauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Ansonsten halt bei den nächsten Aufgaben. Oder beim nächsten Shop. Oder beim nächsten E-Mode. Oder, oder, oder. Also, in dem Sinne, haut rein.